hallo und herzlich willkommen liebe minecraft freunde hier ist euer ruvi zu einem bereits angekündigten minecraft techit projekt techit classic und dabei habe ich den chris alias lappen 2001 hallo ja und er kennt sich so gut wie gar nicht mit minecraft aus ich mache noch mal eben tag weil wir mussten jetzt noch ein bisschen einstellen aber bis auf den spawn kennen wir hier eigentlich gar nichts ich bin schon mal eine runde geflogen hier um die welt ein bisschen zu laden aber ansonsten muss ich mir mal eben noch mein headset und nicht aussetzen bzw meine kopfhörer und dann legen wir los ganz klassisch mit bäumen abbauen du kannst auch anfangen und scheint mir das nur so oder nehmen mein kopf ist recht laut das passt das werde ich dann später noch leiser stellen müssen wenn wir maschinen haben so nichts menü öffnen ich stelle den mal auf 25 eben back to back to menu hast du gleich einen ganz großen baum rausgesucht geht's mit dem abbauen oder also man muss dazu sagen ich kenne mich ein bisschen mit ticket aus er kennt sich überhaupt nicht mit ticket aus er kennt sich ein bisschen mit mein kopf aus ich kenne mich besser als er mit mein kopf aus aber bin jetzt auch nicht so der pro also ich kenne so viel wie die meisten da draußen wahrscheinlich aber ich weiß jetzt nicht wie man tränke braut oder so die meisten da draußen ausgeschlossen tun also also ich habe jetzt erst mal zehn holz das reicht jetzt nicht wirklich ich ach nee doch nicht ich dachte ich hätte anzeigefehler auf der minimap aber da ich die auf Transparenz geschaffen hat ja bei mir gibt es gerade irgendwie ein kleines Problem schau dir das doch mal an du kriegst den Baum nicht komplett abgebaut überhaupt gar nicht dann mach so wie ich nehme das Holz äh bau dich damit hoch und bau dann in der Krone den Rest ab ich meine damit das äh der stand wieder an naja der kommt wieder sobald ich schon abgebaut habe ach nee oder ach wahrscheinlich weil Moment äh Lappen 2001 jetzt probier's nochmal es kann sein dass das die Spawn Protection ist und deshalb bei dir nicht ging dass du nicht in Spawn Nähe bauen kannst das ist jetzt behoben ach so ja und äh noch was müssen wir einstellen geh mal auf äh E ne bist du was geh mal ins Inventar ja dann geh unten links auf Options ja und dann siehst du da rechts einen Punkt der heißt Cheat Mode da drückst du so lange bis Receipt Mode steht Recipe Mode ok ja dann gehst du nochmal auf Controls ja und äh machst bei Recipe T sonst nervt das irgendwie so und dann kannst du dann machen und dann hast du die also kannst du dir auch nichts mehr cheaten weil du okay bist also nur reine Vorsichtsmaßnahme sonst kriegt man da manchmal versehentlich drauf würde mir auch passieren also ich baue den Baum jetzt erstmal fertig ab wie viel Holz hast du dann kannst du doch gerne Burkenholz mitnehmen brauchen wir dann auch einfach so um Spawn mal so einen kleinen Bereich abbauen da du Depp ich wusste auch ich glaube man müsste merken dass ich mich ein Stück weit blöd anstelle aber das war für mein Gerät sich ach sicherlich sicherlich jetzt habe ich mir doch glatt vergessen den Timer zu stellen wie lange diese verdammte Aufnahme schon geht na gut äh darf ich sie wohl im Nachhinein cutten ist auch ganz äh nicht entspannt Achtung ich starte mir jetzt mal eben mein Timer hier auf meinem Handy Handy Stoppuhr start damit wir einfach so eine ungefähre Zeitvorstellung haben dass die Videos nicht zu lang werden ich baue uns hier einfach ja ein bisschen Holz können wir ja noch gebrauchen ja du kannst dann da hinten auch schon mal die Kühe schlachten gehen mit der Faust wird es zwar etwas lange dauern aber da hätten wir wenigstens etwas Fleisch weil mittlerweile habe ich auch schon zweieinhalb äh Dinge sind es verloren verdammt ich spiele ja ohne Texture Pack ich muss das dann mal noch einfügen ich hab das jetzt immer noch ein paar Stück vom okay also ich hab jetzt einen halben Steak Holz das reicht dann bei mir erstmal wir wollen ja jetzt auch nicht den ganzen Tag verplempern wir müssen uns ja noch äh ne ordentlichen ein ordentliches Fleckchen suchen wo wir wohnen können ich baue die Birke mal hier noch ab und dann gehen wir irgendwie mal hab ich nur das Gefühl oder wird die Birke schneller abgebaut als ich glaube das wäre verdammt geil irgendwie wir spielen hier leider glaube ich ohne den Zimpermod so dass man dann wenn man mit einer Axt den untersten abbaut dass dann der ganze Baum zusammenfällt bei Teckel Slide war es dabei habe ich mal kurz angetestet aber sonst nicht so wirklich ich glaube was denn können wir gehen dann mal Kühe schnitzeln 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 wie auch immer meine Güte Mützeln noch mal vielen Dank an die äh an den Gobi Lukas von äh he 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 you can craft dem Minecraft Server you can craft der hat uns nämlich auf dem TS äh in den Channel zur Verfügung gestellt und joa und auch danke dass ich hier sein darf nette Leute komm wir gehen hier sind Kühe los komm wir schnitzeln jetzt Kühe um spielst du auf dem Laptop ha ob du auf dem Laptop spielst ich besitze ja leider gar keinen mehr oh ja stimmt ja stimmt ja oh hier hinten sind Kürbisse los Kürbisse Kürbisköppel wir gleich am Anfang witzig den Website merke ich mir mal ey ey sag mal diese Kuh die will einfach nicht sterben hier für alle die ihn sehen wollen hier habt ihr den Sieb-Befehl gibt es noch gar nicht hier äh wo bist du? los schau mich an oh Gott da siehst du so aus von gar nichts hier hinten war noch eben eine Kuh und ich höre einen Zombie das ist nicht gut das kommt wir holen mal eben die Kuh vom Baum so also ich hab jetzt erst mal sieben Fleisch das reicht erst mal eine Weile kommen wir gehen mal weiter ah hier ist ein kleiner See ich weiß ne ne ich sag's nicht wir erkunden das jetzt weiter hier ich würde sagen wir gehen rechts rum oder? ja ich mach uns schon mal hier eine kleine Workbench ach doch ich hab Hunger bekommen ja ich jetzt auch mittlerweile so ich hab uns jetzt schon mal eine Workbench gebaut wir gehen aber noch weiter weißt du was wir suchen uns jetzt einfach mal irgendwo hier einen Berg wo Zuckerrohr nehm ich mal mit einen Berg wo wir uns einbauen können oder? ja meine Maus-Sensivität ist irgendwie nicht ganz zufriedenstellend los komm hier sind noch mehr Kühe zum Schnetzeln ey 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 ich bin einfach Alter hier sind sauviele diese Kühe brauchen wir ich bin schon Level 1 was heißt schon ne oh ich kann nicht mehr rennen huch da war eine Kuh im Baum bei mir sind sie noch auf dem Baum und ich hab gerade viele Frame-Einbrüche das ist lustig hier hier sind 10.000 Kühe was machst du? oh Gott war das knapp bist du irgendwo reingefallen? nein das war ein Kräfer oh ist er explodiert? ja hm ich hab's nicht gehört schade um das schöne Erdreich hier ach scheiße warte da muss ich nicht mehr so ey sag mal diese verdammte Kuh will mich doch echt mobben oder? verarschen komm her wo zur Hölle bist du? ich bin immer noch bei den Kühen hier direkt hä? oh hier ist die Kuh ich bin 150 Meter vom Spawn weg also vielleicht findest du da hier bis eh hier rechts rechts hier sind noch so viele Kühe du musst mir mal schlachten helfen da haben wir auf Jahre genug zu essen erstmal au oh Gott ich verhunger wir können ja dann auch versuchen Kühe zu halten ja ich verhunger langsam das ist das Problem ich hab vor ins Tat schon was für ein Apfel gefressen ich hab gar keine Äppel ich hatte von beiden auch gesammelt ich hab 20 Steak fast aber äh Fleisch von dem hab ich jetzt mal eben eins gefressen hat mir ganze zwei Herzen dazu gegeben das als nüchst äh zwei Herzen zwei Dinge die uns du wirst ja ne los komm wir sollten uns jetzt langsam echt mal ne Behausung suchen hier unten ist noch ne Kuh die näher warte 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 die eine Kuh noch ja ja ich hab hier auch noch eine die da ja so dort so wo bist du wo bist du also die sind ja wirklich auf dem Baum Entschuldigung hier sind noch auf dem Küh die muss ich einfach ach so stimmt schlagen zieht ja auch extrem viel Hunger ab deshalb muss man aufpassen so wo bist du denn ich bin grad beim Schlachten ach scheiße die springen richtig hoch manchmal komm mal wieder zum Wasser bitte ja ja ich lauf da schon mal wieder ein bisschen rechts weiter rum ne und warte dort auf dich lol wieso ist hier ein Sapling hast du hier was abgeschlagen die sind jedenfalls ach ich bin blöd ich renn grad vor dem Wasser weg ach nee ich bin ich dachte gerade wir haben ich glaube ich gehört wie du gefallen bist wo es wird nacht das ist nicht gut jetzt kommt man zu mir ich bin direkt am Wasser hier auf einem Baum warte Wasser komm Hans Wasser komm Hans ja da ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen ich hab dich gesehen Du stehst auf keinem Baum. Ja, warte, ich bin ein bisschen weggelaufen. Jetzt stehe ich wieder auf einem Baum. Meine Güte! Das wird ich nicht. Da hinten ist ein Creeper. Oh Gott. Ja, bei mir ist ein Skelett. Oh, und das gleich mal beim ersten Mal. Buddel dich ein. Buddel dich erst mal ein. Warte. Ich stelle mich jetzt nicht auf dem... Ich bin gerade auf dem höchsten... Baum. Das wird so gefährlich, glaube ich. Was zeigt es denn bei dir unter der Karte an? Minus 22 plus 250 ungefähr. Ja, minus 20, 250 bin ich jetzt. Minus 20, 250 bin ich jetzt. Oh nein, ich glaube, ich werde wirklich nicht einbotteln. Ich habe nämlich gerade... äh, naja... Ich habe noch ein bisschen... Warte, aber... Wow, Spinne! Doch! Ich bin! Ja, komm rein, komm rein! Los, die Spinne von hinten, musst du noch erledigen. Die will auf dich. Los, komm rein! Und mach oben zu, wenn du Erde hast. Ah, ne, zu viel Erde. So. Äh... Ich baue mir eben hier noch ein bisschen größer, ne? Ich habe schon eine Workbench. So. Äh... Scheibe. Ich mache uns mal eben ein Schwert uns... Obwohl, wir können uns ja erst mal hier... Okay. Ähm... Wir müssen mal noch eine Ebene tiefer graben, bis wir auf Stein treffen. Oh, Kies! Euer Ernst! Ah, ne, ein bisschen Stein und Eisen. Grab du mal die Höhle in alle Richtungen weiter. Während ich hier ein bisschen Stein abbaue. Achtung, du fällst. Was denn? Ne, wenn ich da gerade weggefahren hätte, wäre... Ähm... Ja, ähm... Hier bin ich mehr sicher. Beziehungsweise wusste das halt nicht. Wie viele Erde abbauen. Dim, 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 dim. Ding, dong. Ding, dong. Gleich stehen da. Ähm... Ich gebe dir gleich mal ein bisschen Stein. Du musst dir mal bitte einen Ofen draus bauen, ne? Ja. Ich habe schon drei Stein. Ja, den... Echt vorher. Haha, ein Stein. Hier bauen wir bitte einen Ofen. Und mach dann erst mal aus dem ganzen... Ja, oder warte, gib mir... Gib mir dann mal dein ganzes Birkenholz. Dann mach ich das schnell. Oh, ich habe... Oh, okay. Oh. Oh, ähm... Placed Ofen, please. Ja. Ah Gott, ich verhunger schon wieder. Ich muss nochmal ein... Ungebraten Steak fressen. Ey, gib mir mal dein ganzes Birkenholz, bitte. Ich habe es in den Ofen getan. Äh, nee, wir brauchten das roh. Oh, daraus hätten wir noch Holzkohle machen können. Nee, aber... Holzkohle bringt nämlich ungefähr das Zehnfache davon. Ja, hast du schon waschen? Ja, nee, aber ich hatte dir ja ein bisschen, äh... Dingens noch gegeben. Normales Holz. Hm. Und ich hatte gehofft, dass wir das dafür nehmen können. Okay. Ja, warte, dann... So, machen wir das einfach mal eben so hier, ne? Nicht mehr Dingens jetzt reintun, bitte. Also keine... Okay. Dann können wir uns nämlich auch gleich Fackeln daraus machen, glaube ich. Äh. Was gibt's? Sie ist da richtig. Eisen? Ist das... Wow, cool. Oh, Entschuldigung. Das Eisen hast du noch nicht bemerkt? Ich brauche uns mal eben eine Steinspitzhacke. Äh, hast du noch Stein? Äh, ja, einen, aber nur. Gib mir den mal. Den einen kann ich gut gebrauchen. Oh, ne, hier ist noch. Hier hast du mal eine Steinspitzhacke. Oh, danke. Und schon mal ein Steinschwert da. Oh ja, die Stickies habe ich dir vorsehentlich mit hingelassen. Kannst du mal das Eisen abbauen? Oh nein. Kannst du mal das Eisen abbauen? Oh nein. In die Richtung geht es gar nicht weiter, was ungünstig ist. Wie weit ist denn das hier? Braucht noch kurz. Oh, ah, ich wollte doch nur da abbauen. Da kannst du hoch. Ja, ich habe halbe Leben noch. Oh. Unsererste Behausung hier ist extrem cool. Na, ähm, einfach. Geh, geh mal noch ein... Wir bauen hier unten mal eben eine zweite Etage und, äh, ja, genau machen dort ein bisschen Steinfarming. Ja, so, grap, das ist eigentlich weiter, genau. Könnten wir theoretisch eine Schaufel basteln, aber zu viele Steine haben wir nicht. Jetzt ist es finster, im Moment... Äh, besser. Äh, so. Das bisschen Holz können wir jetzt auch noch verbraten, das ist jetzt nicht das Problem. Äh, mach mir dann bitte auch mal noch ein Steinschwert. Ich habe nämlich keins. Und du hast ja die Stickys. Ach, ich mache mir mal eben noch ein paar Stickys, ne? Und, äh... So. Hier unten liegen außerdem noch Fackeln für dich. Die kannst du ja dann gleich nehmen. Hier am Steinschwert. Das liegt hier oben. Okay, und hier unten liegen Fackeln für dich. Okay. Äh, bim, 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 bim. Wie viel, äh, Fleisch hattest du denn, ungebratenes? Achten. Hast du die schon reingetan? Ne, oder? Tun die mal eben rein. Dann sind wir eigentlich ganz gut wieder. Dabei. Dabei. Das reicht denn eigentlich auch, was wir an Stein haben, oder? Hm? Das reicht doch dann an Stein, was wir haben. Denk mal. Müsst du eigentlich. So. Äh, was wollte ich denn jetzt? Ach so, ja, genau. Äh, nee. Äh, nee. Möniki, was mach ich denn hier? Es wird langsam wieder Tag. Also, ich glaube, wir können jetzt auch einfach weiterziehen hier. Oh, hier sind noch Skelette loskommen. Komm, wir gehen mal ein paar Schnitzeln. Vielleicht, ich sag die ganze Zeit Schnitzel, das ist schrecklich. Nein. Ach komm, mit dem Skelett bist du auch fertig. Oh, fuck, nee. Doch, ich muss es öffnen. Ich muss es öffnen. Trinkend. Ja, ja, und hier ist ein Creeper. Ah, ja, du hast hier auch vorhin einen hochgesprengt. Hopp. Tot. Ah. Ja, die armen Bäume, die könnte man jetzt noch schnell abfällen, oder? Ich denke, wir... Hm? Ich muss mir erst mal Nahrung holen. Ja, ja, mach das ruhig. Ich denke, wir warten jetzt hier noch schnell, bis das Fleisch fertig ist. Und dann gehen wir direkt weiter, oder? Nimm mal das Feuerholz aus dem Ofen und lass das jetzt noch so viel, wie es deine Feuerkraft hat, zu Ende brennen. Und dann gehen wir mal weiter. Na, mach mal. Wo ist nur ein Superhaus im Überhaupt? Ach, 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 nee, doch nicht. Hier. Hä? Wo bist du denn hin? Nein. Ich bin dumm. Sag mal so. Moment. So, so. So. Oh, mehr kann ich jetzt aber auch nicht für dich tun. Danke. Ja, der Crafty-Term steht jetzt eigentlich nicht so hier. Hm, ein bisschen Stein bei euch auch nochmal ab, weil das werden wir ja auf jeden Fall brauchen, dann für die ganzen Werkzeuge. Mach mal noch eine komplette Steinausrüstung. Warte mal hier, äh, du kriegst noch das hier. Mach mal noch eine komplette Steinausrüstung. Also jedem, einfach von jedem Werkzeug noch zwei. Die Spitzhacken sind ja recht schnell, ja. Ja, und dann... Ich hab jetzt auch erst 17 Steinen. Ah, ich bin noch auf Eisen getroffen. Was uns natürlich extrem weiterhilft. Nicht ironisch gemeint. Ja, ich mein, Eisen ist ja auch ein extrem wichtiger Rohstoff. Abgesehen davon, dass es... Dass es vielleicht noch zehn weitere neue Rohstoffe gibt. Du klingst manchmal echt ironisch. Das wird nicht... Muss man da immer, sonst musst du dir überlegen. Nein, nein, ich bin nicht ironisch. Niemals. Wie weit bist du mit Craften? Weil die erste Folge ist dann auch gleich zu Ende. Eine Überlängenfolge, aber kann ja mal sein, zum ersten Teil. Und dann können wir ja auch schon wieder weitergehen. Und hoffen einfach, dass hier... Ich buddel hier unten noch ein bisschen aus, einfach damit wir hier... Den Steinvorrat haben. Ja, werf's mir einfach mal hin, dann. Warte, ich darf dir mal das Ganze selbst entgegen. Ja. Dann müssen wir nämlich... Ah, okay, war's schon. Ich dachte, das wäre mehr. Das Schwert reicht dir erst mal noch. Bloß sollten wir uns vor der Nacht halt wieder irgendwo festgesetzt haben. Ach, ein neues Schwert hast du noch mal gemacht. Ja, du hättest eigentlich auch zwei... Ne, ho, hättest du jetzt nicht bauen müssen, aber eine zweite Schaufel und eine zweite Axt wäre... Eine zweite Axt wäre eigentlich gut gewesen. Warte, warte. Äh, du hast dir das... Was, hab ich das auch gemacht? Warte, oder? Für mich auch, oder? Zweite Schaufel. Ich geb dir mal noch das Eisen. Na, das hab ich nicht weiter. Ich geb dir auch mal noch ein paar Sachen, einfach damit du die stacken kannst, ja. Damit die jetzt nicht... Danke. Warte, ich mach noch eine zweite Axt. Jo, das wäre vorteilhaft. Und die Basis hier müssen wir uns dann ja auch nicht merken, oder? Wie viel Essen hast du jetzt? Ähm... Ich habe... alsgepartner Sett. Okay, ich habe nur neun, aber das ist ja in Ordnung. Was machst du? Ich bin jetzt... Oh. Ja, okay. Ne, der Tim haben wir das wirklich leider nicht drin. Ich baue hier mal noch schnell ein paar Häuser ab. Äh, Bäume ab. Damit wir dann unser Haus bauen können. Du verstehst, was ich meine. Ja, danke. Aber die Haussuche, die machen wir dann ja im nächsten Teil. Denn das sind jetzt schon über 25 Minuten hier. Und man muss ja auch noch an mich denken. Weil ich darf das Ganze dann noch hochladen. Und ich habe nicht unbedingt ne bombige Internetleitung. Und bei ihm ist es zwar noch schlimmer, aber... Danke, doch. Man muss es ja nicht immer noch schlechter ziehen, ne? Wir sehen uns im nächsten Part. Hast du noch was anzufügen? Außer meine scheiß Platte gerade. Nein. Gut. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.